In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du den Namen deines iPads ändern kannst. Je nachdem, wie deine iPads in deiner Schule verwaltet werden, bekommt dein iPad vielleicht bei der Ersteinrichtung sofort einen Namen zugewiesen. Dieser Name kann der Standardname iPad sein oder auch ein anderer Name, wie zum Beispiel die Seriennummer. Wenn du allerdings Features, wie beispielsweise Airdrop nutzen möchtest, ist es natürlich von Vorteil, wenn dein iPad einen individuellen Namen bekommt. Und wie du diesen Namen einrichten kannst, möchte ich dir nun zeigen. Wir befinden uns auf dem Homescreen und ich klicke nun auf die Einstellungen. In den Einstellungen wechsle ich zum Bereich Allgemein und dort auf den Bereich Info. Im Bereich Info findest du nun den Namen des iPads. Darauf klicke ich und ich kann den Namen nun ganz einfach ändern. Ich nutze hier nun meinen eigenen Namen und somit ist beim Nutzen von Airdrop mein iPad nun eindeutig identifizierbar. Mit Enter bestätige ich das Ganze noch und mit einem Klick auf den Homebutton komme ich nun wieder auf den Homescreen und mein iPad wurde erfolgreich umbenannt. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim ersten Schritt, dein neues iPad zu personalisieren. Dieser Monатели ist kennengeler元的ơ 가자. Ich wünsche dir nur etwas anderes. auf den Raum ist hörte ich mir einfach das tatsächlich aus. Ich wünsche dir meinen eigenen Club vom Sun-System auf Wei